Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Episode haben wir unser erstes Luftschiff gebaut. Da hat so der Fokus drauf gelegen und jetzt habe ich hier gerade entdeckt, dass wir hier jetzt mittlerweile doch ein Postamt brauchen. Wollten wir eigentlich verhindern, ließ sich jetzt oder lässt sich jetzt nicht mehr verhindern, ließ sich sowieso nicht mehr verhindern, aber jetzt ist das Ding komplett durch. Da müssen wir jetzt mal kurz überlegen, wie wir damit jetzt richtig umgehen, wie wir das jetzt am besten da rein platzieren, ohne dass wir irgendwie dick Platz klauen. Wir könnten überlegen, das quasi hier hin zu machen und diese zwei Häuser abzureißen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. So machen wir das Ganze jetzt nochmal. Das dürfte uns dann auch gut Techniker-Arbeitskraft noch zusätzlich bringen, selbst wenn wir hier noch ein kleines Problem haben. Gut, wir scheinen also irgendwie nicht genug Pemmikan zu machen mittlerweile, was natürlich verständlich ist. Wir produzieren mittlerweile so, wir haben mittlerweile so, so viele Leute. Wir haben auf jeden Fall aktuell genug Rentierfleisch. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine weitere Pemmikan-Räucherei erst mal. Wahrscheinlich später auch noch eine weitere Rentier-Jagdhütte. Keine Frage, aber das liegt noch in der Zukunft. Die beiden bauen wir hier mal noch aus, wobei die nicht an Hitze angeschlossen sind. Das war jetzt wieder doof. Naja, gut. Das ist jetzt so passiert. Ihr beklagt euch dann mal bitte erstmal nicht weiter. Wir werden jetzt, ich habe ja versprochen, dass wir dieses Mal quasi hier hochsiedeln. Wir müssen uns aber erstmal noch, weil ich jetzt gerade das im Moment machen möchte, uns um ein kleines anderes Problem kümmern. Aber in der Zeit können wir ja quasi schon mal organisieren, was wir hier noch brauchen. Nämlich, ich weiß gar nicht, unter welche Kategorie das fällt. Wo ist es denn? Ist es da nicht einsortiert? Luftschiffhanger? Hä, wo ist denn die Plattform? Bin ich blöde? Hä, wo ist denn die Landeplattform, die man bauen kann dann? Ähm, nein, nein, nein. Fällt auch nicht unter Elektrizität. Hä? Okay, ich bin wahrscheinlich einfach mal wieder komplett blöde. Ich sehe sie gerade nicht, die Landestation, die man errichten kann. Ähm, eine arktische Hochebene besiedeln. Bauen sie eine Gasförderpumpe. Muss man da gar keinen eigenen Dings bauen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, worauf ich auf jeden Fall diese Folge mal ein bisschen zumindest in den Fokus legen möchte, sind ein paar Items, die ich haben möchte. Zum einen... Oh, kommt, hier ist ja noch jemand angekommen. Ähm, der neben der Poncho-Weber-Rei so ein bisschen was extra produziert. Den hat ich gar nicht mehr gedacht, dass wir den ja noch haben. Aber was ich gerne machen würde, ist zum einen hier mal unsere drei Goldminen mit nice Items versorgen. Da habe ich mir ein paar rausgesucht. Und zwar zum einen die Hebehühne. Die bekommen wir beim Nate. Können wir eintauschen. Dann den erstklassigen Sapeur und Feras Al-Sarami, wenn natürlich noch cool. Den haben wir einmal, weine ich. Aber den haben wir, glaube ich, auch schon eingesetzt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Außerdem hätte ich gerne noch die Kostümbildnerin. Ähm, weil die uns wunderbar ein paar Sachen ersetzt. Ähm, nämlich... Brauchen wir dann nicht mehr diese Baumwolle hier. Also, im Endeffekt fällt die Baumwollproduktion hier unten so weit weg, weil wir die dann nicht mehr für unsere, ähm, für unsere lieben Mäntel hier brauchen. Das sind keine Mäntel. Das hier ist die Mantelproduktion, die Schneiderei. Da brauchen wir die nicht mehr. Und ich meine, hier hätten wir irgendwo eine Handelskammer stehen. Scheinbar nicht. Dann haben wir wahrscheinlich auch keinen Feras. Dann war das wahrscheinlich wieder ein anderer Spielstand. Ähm, auf jeden Fall gucken wir jetzt mal gerade, ob wir die Kostümbildnerin schon haben. Das wurde nämlich auch mal in den Kommentaren geschrieben. Also, die wurde mir auch empfohlen von Aze Plevka, dass wir uns die holen. Ähm, auch das einer der Hauptgründe, warum wir das jetzt tatsächlich machen. Weil sonst hätte ich da wahrscheinlich gar nicht dran gedacht. Aber mal schauen, ob wir die schon haben oder nicht. Ich meine nicht. Ich glaube, die ist auch ein lila Item. Dementsprechend haben wir die ziemlich sicher nicht. Könnte sein, dass die jetzt bei uns im Cup noch angekommen ist. Aber sonst sind das ja unsere zwei Punkte, wo wir auf jeden Fall die dicken haben. Das wären wieder Tuchschneidereien. Das könnte man natürlich da auch gut nutzen dann zusätzlich noch. Wenn wir nochmal zwei von denen rüberfahren in die alte Welt dann und da das dann produzieren. Lassen wir den Klipper mal hier und fahren das Ganze mal mit einer Fregatte rüber. Hier habe ich auch schon unsere Butterblume bereitgestellt. Denn wir brauchen dafür natürlich Waren, um das alles beim Nate einzutauschen. Und das müssen wir gleich auch noch organisieren. Dann müssen wir noch das ein oder andere transportieren. So, dann nehmen wir auf jeden Fall einmal hier das mit und einmal hier das. Und dann fahren wir das erstmal mit dem kombiniert rüber in die alte Welt. So, zack. Wir brauchen dafür natürlich auch Einfluss, um das Ganze einsetzen zu können. Was ich jetzt aber erstmal noch kurz machen möchte, ist, dass wir uns hier für die Hebehühne die Sachen mal zusammenklammauken. Gilt das als Konsumgut, als Baumaterial? Ja. Wir brauchen schöner Schrott, 20 Stück. Die haben wir hier. Wunderbar. Die sind auf jeden Fall am Start. Dann brauchen wir 20 Bretter. Die haben wir auch ohne Probleme hier. Auch unter Baugütern natürlich. Brauchen wir 10 Fahrgestelle und 3 Dampfwägen. Das war klar, dass wir das irgendwie erstmal noch aus der alten Welt importieren müssen. Da war ich mir schon relativ sicher. Das machen wir jetzt auch mal kurz mit der Fregatte hier. Also, wir brauchen 3 Dampfwägen. 1, 2, 3. Die gehen zur Neige. Und wir brauchen 10 Fahrgestelle. Fahrgestelle haben wir ja en masse. So, und damit geht es jetzt in den Kapp erstmal. Und hier kommen wieder Handelsschiffe an. So, so viele. So, und dann sollten wir mal kurz einen Blick drauf werfen, woran das hier liegt mit den hier. Die Produktion ist nicht geeignet dafür, wird aber auch gerade nicht produziert. Wahrscheinlich, weil wiederum was fehlt. Ich nehme mal an, Messing dürfte es genug sein, was wir haben. Schauen wir mal kurz. Wo ist denn unsere Produktion? Ach, das ist die Produktion. Es fehlt Messing. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Fehlt es nur an Lagerhäuser? Nein, es fehlt tatsächlich an Messing. Oh mein Gott. Was ist denn da passiert? Hä? Was ist denn mit unserem ganzen Messing? Wo ist denn unser ganzer Messing hin? Äh, ja, in die neue Welt bestimmt nicht. Wir haben natürlich viel in die Arktis gebracht, aber das dürfte doch nicht hier zu so einem Problem geführt haben. Hier ist gar kein Messing. Hier wird er doch produziert, so. Und da wird jetzt immer alles gespeichert oder was? Warte mal, gucken wir mal kurz nach der Handelsroute. Ähm, das müsste ja von 3Y sein. Bringt nur Messing. Wo ist das Schiff? Und warum hast du nix? Der Herold. Schauen wir mal kurz, ob der auf der Weltkarte unterwegs ist. Das habe ich hier, also wenn ich eins gedacht habe, ist, dass wir safe Messing haben. So, dann in der alten Welt oder fährt gerade erst in die alte Welt. Müssen wir mal kurz schauen. Der Herold fährt gerade erst in die alte Welt. Das heißt, da kommt jetzt nochmal eine Ladung mit Messing rein gleich. Hier unten. Oder fährt gerade weg? Da fährt auf jeden Fall gerade ein Schiff von uns weg. Ich hoffe nicht, dass es der Habicht ist. Der Herold meine ich. Habicht Herold. Bin mir gerade ganz unsicher. Ja, was liegt hier? Was wurde hier über Bord geworfen? Schauen wir mal kurz. Fälle wiederum. Nur, das ist in Ordnung. Das haben wir toleriert, dass Fälle über Bord geworfen werden. Die werden natürlich für uns sehr, sehr uninteressant später. Ne, Moment. Was? Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. So. Hier sind jetzt gerade zwei Schiffe auf dem Weg rein und auf dem Weg raus. Eins ist jetzt reingefahren. Das müsste dann hier gleich irgendwo auftauchen. Und ich nehme tatsächlich aber an, der Herold ist gerade wieder auf dem Weg zurück. Das heißt, Messing ist schon wieder verbraucht, seit er hier war. Da ist der Herold. Krass. Okay. Ähm. Dann müssten wir aber mal kurz, ich muss mal kurz in die Arktis gucken, wie viel wir da jetzt haben. Da müssten wir ja unendlich viel haben. Hier haben wir 250. Ja, das kann man ja fast komplett einstellen. So. Erstmal Welt 4. So. Und dann stellen wir hier den Messing noch weiter runter. Ab sofort werden nur noch 10 Messing mitgenommen pro Tour. Das muss dann aber auch reichen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mal. Wir stellen das jetzt erstmal ganz runter auf 2. Also kaum noch was, was mitgenommen wird. Weil wir hier echt, echt viel haben. Gut. Hier wird weiter Schnaps ausgeladen. Das ist soweit in Ordnung. Wie schaut es hier aus? Mit Kohle ist auf jeden Fall noch am Start. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. So. Da müssen wir nochmal kurz an den Kap gehen und gucken, woran es denn hier liegt. Fehlende Waren. Es fehlt an Kupfer. Wie schaut es denn hier aus? Ist denn hier genug Kupfer? Hier sind 400 Kupfer. Dann bist du einfach scheiße eingestellt. Sorry. Dann habe ich hier mit der Handelsroute einfach gefehlt. Da müssen wir jetzt einfach sagen. Und das tut mir ein bisschen leid. Wo ist denn diese Handelsroute? Hier dürfen wir jetzt nicht mehr auf Entladen warten, sondern müssen die Fracht entsorgen. Weil sonst unsere Zinkproduktion da komplett lost ist. Da können wir eigentlich dann auch nochmal ein, zwei dazu bauen. Tatsächlich. Da habe ich jetzt gar keinen Bausound gekriegt. So, und jetzt sollte das Schiff auf jeden Fall sich wieder vollladen und dann die Handelsroute schön zu Ende bringen. Dass hier auch wieder genug Zink ankommt, ey. Äh, Kupfer. Zink kam die ganze Zeit genug an. Dass genug Kupfer ankommt, damit wir da wieder fleißig unser Messing produzieren können. Eieiei. Das ist ja eine Katastrophe. Okay. Gut. Während das hier jetzt so vor sich hinläuft. Ja, nicht so schlimm. Bauen wir wieder auf. Puff, zack. Alles wieder da. Kümmern wir uns einmal ganz kurz um unsere Expedition. Und dann werden wir heute auch einen Großteil der Zeit wahrscheinlich bei Items nochmal verbringen. Und dann hoffe ich aber, dass wir auch, und jetzt haben wir schon wieder zehn Minuten, nur irgendwie geguckt, wo Probleme sind. Und so ein bisschen gefixt wenigstens. Ähm, ui, das sieht aber ordentlich aus. Dann nehmen wir hier die 140 Prozent. Ähm, dann hoffe ich, dass wir es noch irgendwie auf die Hochebene schaffen. Könnte aber auch sein, dass wir es erst in der nächsten Folge hinkriegen. So, dann wird hier jetzt gerade halt mal ein bisschen was über Bord geworfen. Das ist jetzt halt mal so. Beziehungsweise hier können wir natürlich auch nochmal ein paar mehr Depots bauen, damit hier nichts über Bord geschmissen gehört. Weil über Bord schmeißen ist natürlich immer einfach Waren wegwerfen, die wir noch brauchen könnten irgendwann, weil wir die dann mehr brauchen und auf Lager haben, ist dann ganz gut. Ähm, und wir waren jetzt sehr großzügig. Wir haben auf 1300 angehoben von 650. Wir haben also mal kurz verdoppelt. Und dann dürfte das hier auf jeden Fall wieder gut entladen werden. Wunderbar. Ähm, dann dürfen die hier jetzt auch wieder mit der Produktion einsteigen. Und ich hoffe, dass wir da dann relativ schnell wieder auf einen guten Status kommen. Sind mittlerweile schon Schiffe wieder angekommen. Sieht nicht danach aus. Okay, gut. Dann gehen wir mal rüber in die alte Welt und schauen mal, dass wir hier ein Schiff haben. Hier haben wir ein Schiff. Und vielleicht kriegen wir hier mal kurz noch so eine Händlerin reingeladen, die uns mal ein paar Preise klar macht. Wir haben 34 Millionen. Und wir werden jetzt fleißig rollen, damit wir unsere Items kriegen. Für Schiffe ist die Dame ja. Wir haben auf jeden Fall einen Geschäftsmann. Und wir haben auch eine Händlerin. Das ist eine tolle Kombi. Und dann geht es einmal hoch zum lieben Alley. Weil da gibt es ja die Items. Gut. Schauen wir mal kurz. Es gibt ein kleines Problem auf den Handelsrouten. Okay, ja. Dies, das. Soll uns erstmal nicht weiter stören. Wobei, das war gerade, dass die beim Öl halt länger warten müssen. Moment. Öl ist hier unten. Ne, hier läuft aber alles. Alles klar. Hier sieht alles ganz gut aus. Hier haben wir noch eine Einwohner-Quest, die wir mal gerade annehmen. Und mal schauen, ob wir die schnell erledigt kriegen. Eine Fotografie-Aufgabe mache ich doch. Immer. Immer gerne. Von wem werden wir... Haben wir mit dem wieder Krieg? Von mir aus freigegeben. Also, wir sind nicht gut. Oh mein Gott. Wir haben wieder mit dem Krieg. Ja, dann hätte ich aber gerne nochmal einen Waffenstillstand hier. Der ist jetzt aber schnell wieder ausgelaufen. Lieg. Lehn dir Angebot ab. Fuck. Komm schon. Ey, ich kann mir das nicht leisten, dass der hier jetzt noch meine... Ja, komm. Zack. 1800. Ey, da sehe ich mich aber sowas von. Halt mal... Mach mal bitte jetzt nicht meine Schiffe hier kaputt. So. Friedensvertrag ist wieder drin. Ja, ich habe es verstanden. Wurde eins meiner Schiffe zerstört? Nein. Warum liegen hier Waren? Fahr mal kurz bitte hier aus, checken, was das für Waren sind. Ja, ist ja gut. Ich habe es ja verstanden. Ist gerade komplett überfordert. Wir müssen nicht lektorieren. Wir können einfach veröffentlichen. Bananen. Okay, ich glaube, die können wir wieder über Bord schmeißen. Ich glaube, da sind wir gut versorgt, tatsächlich. Ähm. Und wir kriegen einen Besucher in Crown Falls. Voilà. Die Kauffrau. Unterhaltskosten minus 40 Prozent bei einem Schiff. Okay. Ja, ist in Ordnung, ne? Ähm. Schauen wir nochmal hier. Ist Schiff mittlerweile angekommen? Schiff ist schon angekommen. Wahrscheinlich auch eben schon. Ich war einfach nur blind. Gut, dann bringen wir das mal hier rüber und dann können wir uns gleich auf jeden Fall schon den Hebehühnen kaufen. Äh, tauschen. Ist ja eigentlich eher ein Tauschding als ein Kaufding. Komm, stellen wir nochmal kurz auf drei, damit das hier ein bisschen flotter geht. So. Einmal hier rüber und dann ziehen wir das jetzt auch einmal gerade durch, dass wir das jetzt abschließen, dass wir uns hier den Hebehühnen auch kaufen. Und unsere Expedition kehrt zurück von einer Stufe 3. Das dürfte ja eigentlich nur was Gutes werden. Eine legendäre Kanone. Einmal die verschärkten Schotten wieder und der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer geht mir mittlerweile ein bisschen auf den Senkel, aber ist schon in Ordnung. Dann geht's für euch, würde ich sagen, direkt wieder auf eine Piratenjagd. Aber ich werde euch natürlich upgraden, weil wir haben ja jetzt noch hier diese dicke Kanone. Ähm, die nehmen wir dann statt dem Herren hier mit. Jagdglück möglicherweise. Dann sollten wir vielleicht hier auch nochmal umrüsten. Kampfkraft raus. Und dann haben wir wenig Kampfkraft auf jeden Fall. Dann sollten wir vielleicht Gefechtskunde einmal raus und lieber nochmal Kampfkraft mitnehmen. Als Gefechtskunde. Zack. Das machen wir so. Und dann laden wir hier nochmal einmal das Trinken voll. Und dann kann es für die Expedition wieder abgeben. Während die andere uns wieder braucht. Ich weiß, wir wollten eigentlich gerade das eine Item abschließen. Das kommt jetzt sofort. Ich merke direkt wieder, wenn wir uns ein bisschen interkontinental kümmern zwischen den verschiedenen Welten, dann wird das alles wieder hektischer. Das möchte ich eigentlich nicht, weil ich das sehr angenehm fand, die letzten Parts lang. Ähm, da werde ich ein bisschen drauf achten, dass wir da jetzt nicht zu sehr wieder ins Durcheinander kommen. Alle Produktionsgebäude plus 35 Prozent. Das fährt sich jetzt erstmal runter ab in die neue Welt, damit wir da mehr Gold herstellen. So. Und den Rest bekommen wir alles, was ich heute haben wollte. Hier oben. Moment, ich sollte noch ein Foto von einem Clipper machen. Ist hier gerade ein Clipper? Ja, da zack. Wobei, das könnte auch eine Fregatte sein. Und ich glaube, es ist ein Clipper. Abschicken. Und damit dürfte der Herr auch schon zufrieden sein. Und jetzt wollen wir hier mal anfangen zu handeln. Was wir ja suchen, sind, äh, Kostümbildnerin, erstklassischer, äh, erstklassischer Sapeur. Und wir suchen den Feras Al-Sarami, den Arek Lisowski nehmen wir auch noch mit. Für später ist er auf jeden Fall noch sinnvoll. Ähm, die barmherzige Bischöfin haben wir, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr genug. Das dürfte also kein großes Problem mehr sein. Ähm, und ich versuche mich jetzt hier tatsächlich mal nicht groß auf andere Sachen, außer vielleicht so das ein oder andere Büchlein, ähm, zu beschränken. Sondern, also, zu fokussieren, sondern einfach nur die wichtigen Sachen mitzunehmen. Hier können wir uns natürlich direkt nochmal Taschenuhren und Schmuck sparen. Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Der ist stark. Ähm, und jetzt habe ich leider es vergeigt, mir das hier nochmal aufzumachen, wie der erstklassige Sapeur aussieht. Alles klar, das ist so ein Dude mit Bart. Den Feras, den kenne ich. Und die Kostümbildnerin kenne ich nicht mehr. Ähm, ja, aber die werden wir schon erkennen. Rektorin, Schauspielerin, See-Kadett. Natürlich möchte ich gerne mit dir weiterhin keinen Ärger haben. Der Maschinenbauer. Statt Stahl verarbeitet das Gebäude Eisen. Das ist natürlich sehr verlockend, dass der direkt Roheisen, ähm, ist. Da kommt unsere Feuerwehr scheinbar nicht ganz gegen an. Da setzen wir mal noch eine zweite dazu und mobilisieren hier nochmal ein bisschen, damit das hier nochmal ein bisschen besser abgeht. So, back to topic. Ich wollte ganz klar nach Items suchen. Gut, der ist aber eigentlich ganz nice, ne? Ich überrolle den jetzt trotzdem mal. Wahrscheinlich war das jetzt ein Fehler. Aber damit werden wir jetzt klarkommen müssen. Da sieht niemand nach einem Schneider aus. Nein. Äh, auch hier nichts mit dabei. Hier wäre wieder so ein Buch, was ich eigentlich gerne mitnehmen würde. Nehmen wir einfach mal mit. Wir sollten uns dann auch nochmal ein zweites Schiff hier hinholen. Ach, guck mal. Hier sind schon die ersten Items angekommen. Die würde ich tatsächlich schon mal hier hin liefern. Weil da würden wir das Ganze dann machen. Einfach aufgrund der Nähe zu den Jagdhütten dann eben. Ein Möbeltischler. Interessant. Ah, hier ist schon wieder so einer. Will ich eigentlich nochmal mitnehmen. Ne, komm. Der scheint häufig zu kommen. Das sieht gut aus eigentlich, dass wir es nicht unbedingt brauchen. Eine Postbankärin. Zusätzliches Einkommen. Okay. Äh, eine Viehbäuerin. Produktivität plus 30 Prozent. Auch stark. Die würde ich auch gerne noch mitnehmen. Wir nehmen die jetzt mal noch mit. So viel zu. Wir nehmen nicht so viele Items mit. Mö, mö, mö. So, und dann entladen wir hier schon mal die Sachen für die Webereien. Und dann schicken wir das Schiff hier oben hin. Damit das mal ein paar Items gleich einsammeln kann. Hier haben wir noch ein, genau, das ist noch ein Schiff, das aus der Arktis runterkam. Genau. Unsere Expedition braucht uns tatsächlich auch gerade gut, dass du uns nochmal dran erinnert hast, lieber Kapitän. Und da gehen wir natürlich mit plus 140 Prozent, was stark ist. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt noch das ein oder andere schöne Item kriegen, was wir tatsächlich auch haben wollten. Sieht nämlich aktuell gar nicht danach aus. Aber da stand doch, die gibt's hier. Ich weiß halt nicht, wie selten die jetzt sind, wirklich. Weil es gibt hier halt Items. Also ich weiß zum Beispiel den Feras. Da muss man ein bisschen Glück mit haben, den zu ziehen. Weil der relativ selten ist. Aber mit den anderen Items kenne ich mich beispielsweise noch nicht so gut aus. Der sieht auf jeden Fall cool aus für die Expeditionen, die wir gerade machen. So Piratenjagden und so. Also Verkaufsberaterin, Marktplätze, nee. Ein Spediteur beeinflusst Goldschmiede. Moment, Goldschmiede statt Goldbarren verarbeitetes Gebäude Gold. Die Goldschmiede ist das dann die, ist wahrscheinlich die Schmuckherstellungsmaschine quasi. Die Maschinerie. Das brauchen wir nicht. Und da geht's dann erst später drum, wenn wir noch optimierter alles haben. Und Brennerei haben wir, glaube ich, schon. Und selbst 10% sind jetzt nicht so das Wahre, was wir haben. Was zahlen wir mittlerweile? 180.000 schon für einmal umrollen. Was natürlich schon echt viel ist. Ey, noch nicht ein Item gezogen, was wir haben wollten, ne? Vielleicht darf man das auch einfach nicht vorher sagen, was man haben will. Ich bin noch nicht so schnell wie wahrscheinlich viele erfahrenere Spieler. Ähm, mit dem Rerollen und gucken, was habe ich jetzt gerade und was davon brauche ich, ne? Ähm, also sorry dafür, wenn's da Kritik hageln sollte in den Kommentaren. Aber ich bin da einfach noch nicht so schnell drin. Da muss ich noch ein bisschen für lernen, was jetzt was für ein Item ist. Wie die Items aussehen. Was kann sie nochmal? Ah, die Viehbäuerin ist das, genau. Äh, nee. Keine Lust auf eine Abschlussaufgabe, Anne. Auch wenn das unsere Beziehung natürlich belastet. Wenn sie da bohr... Ein Bohrhauer. Interessant. Brauchen wir aber auch hier nicht. Wieder mal ein Mr. Garrick, Alter. Den lassen wir jetzt aber tatsächlich mal hier. Den haben wir jetzt schon oft gezogen. Großzügiger Gastwirt. Nee. Alles nicht die, die wir brauchen. Ärgerlich, ärgerlich. Was? Linsendesignerin. Oh, für die Brillenfabriken. Okay, Kapitäne brauchen wir gar nicht zu beachten. Schade. Das habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen besser vorgestellt. Nicht, dass wir hier 200.000 pro Ding re-rollen müssen schon. Den Bergmann nehme ich tatsächlich nochmal mit. Den haben wir ja schon einmal unten in der neuen Welt. Aber den werden wir bestimmt nochmal gebrauchen. Exporteurin. Handelspreise minus 10%. Ja, nehmen wir doch lieber die hier, Alter. Statt hier Handelspreise minus 5%. Äh, die wollte ich jetzt nicht wieder verkaufen. Sondern ich wollte die nur kurz einmal quasi austauschen hier. Zack. So. Jetzt haben wir minus 10% drin. Wobei natürlich die gesteuerte Ladegeschwindigkeit dann später für Handelsrouten sehr gut sein könnte. Arbeitskräfte erforderlich minus 50% nehmen wir auch nochmal mit einfach. Und ich finde diese Items, die wir hier haben, wollten nicht. Das ist ja nervig. Und das Ding ist auch, hier was zu erzählen. Wenn man selber nicht so die Ahnung von den Items hat, ist, äh, sagen wir mal problematisch. Weil ich denke, das hat mittlerweile jeder ohne Probleme bemerkt, dass ich im Item-Game noch nicht ganz so drin bin. Ähm. Und, ähm, dass da auf jeden Fall noch was deutlich besseres geht. Und dass ich mich da immer wieder ein bisschen rein, äh, finden muss. Möbeltischlerwürttin, haben wir alle schon gesehen, ey. Auch davon niemand, den wir brauchen. Lotse, nein. Ähm. Den, ähm, den Arek Lisowski könnten wir nochmal mitnehmen. Den werden wir, wie gesagt, später noch gut brauchen. Uh, Arbeitskräfte. Okay. Interessant. Oh, wer bist du denn? Den schadet ich aber noch nicht. Beeinflusst alle Wohngebäude der alten Welt. Zufriedenheit plus sieben. Ist natürlich stark. Würde ich jetzt aber gerade mal nicht drauf gehen. Den würde ich einfach mal links liegen lassen. Wir könnten hier aber nochmal kurz Items schon mal. Warte. Das Item lassen wir mal noch hier. Aber wir shippen schon mal. Ja gut, komm, dann nehmen wir das auch mal mit. Ähm, und dann kannst du das doch auch noch mitnehmen. Dann kannst du das auch schon mal wieder hier runterfahren. Weil du bist ja schon hier. Kannst einmal entladen werden. Und dann sofort wieder beladen werden. Und jetzt sollten wir hier auf jeden Fall das Spiel mal wieder langsamer machen. Weil sonst passiert hier einfach viel zu viel. Wir sind schon auf 25 Millionen runter. Wir haben also schon richtig viel Geld in den Sand gesetzt. Die Kostümbildnerin. Da ist sie. Und da ist auch der erstklassige Super. Und ein Arek Lesowski. Alles in einem Roll. Und dann auch noch das hier. Alter, alle vier Items. Geil. Das ist krass. Arbeitskräfte plus 40 Prozent. Einkommen plus 40 Prozent. Die Krankheitsgefahr, da muss man natürlich mit dealen. Ich finde das aber einen geilen Trade. Muss ich sagen. Den erstklassigen Super ziehen wir. Die Kostümbildnerin. Und Arek Lesowski. Jetzt noch im nächsten Roll ein Feras. Kein Feras. Schade. Wäre jetzt aber auch echt ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Wir gucken jetzt noch mal so ein, zwei Rolls weiter. Vielleicht auch zehn oder so. Ob wir da jetzt noch mal ein Feras erblicken. Was kann sie? Kraftwerk. Okay. Ey. Interessant. Wenn man Kraftwerke boosten will. Das würde ich jetzt tatsächlich noch nicht machen. Wer bist du? Wohngebäude. Sind versorgt mit Bier. Oh nein. Ich habe verpennt, die Zeitung zu veröffentlichen. Hoffentlich war die gut. Ja, war okay. War okay. Hätte natürlich besser sein können. Wir rerowing hier jetzt gerade fast für eine halbe Million. Wollen wir das noch mal mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Hier, das ist schon echt ein starkes Ding. Aber hier nur Arbeitskräfte plus und dafür Krankheitsgefahr so ein Anstieg. Wir rerollen jetzt noch, sagen wir mal, fünfmal. Wer bist du? Dich kenne ich auch noch nicht. Produktivität plus 100 Prozent extra rum. Uh. Ich glaube, der könnte später ganz cool werden. Ich nehme den mal mit. Was hatte ich gesagt? Fünfmal, ne? Eins. Wer bist du? Dich habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, und hier ist der Gartenbauer Hermann wieder. Den wir in der neuen Welt schon gerne einsetzen. Würde ich eigentlich gerne noch mal mitnehmen. So, eins. Jetzt müssen wir natürlich... Hier ist noch mal ein Erstklassiker-Sapur. Den will ich aber noch haben, ey. Ähm. Also, Moment. Jetzt muss ich mal kurz sortieren. So. Neue Welt. Ah, ist nicht nah genug dran. Ähm. Und jetzt gucken wir mal kurz, dass wir hier auf unsere Fregatte jetzt mal die Items für die neue Welt packen. Neue Welt. Und der Erstklassiker-Sapur muss noch in die neue Welt. Der Rest nicht. Alles klar. Gut. Dann kannst du jetzt schon mal runter in die neue Welt fahren. Wir haben schon rerolled. Zweimal, glaube ich. Den Erstklassiker-Sapur nehmen wir nochmal mit, hatte ich gesagt. Für vielleicht unsere, ähm... Was ist denn jetzt los? Äh, für unsere Kohlemin im Cup. Sag mal jetzt mal, jetzt hätten wir drei gerollt. Viermal gerollt. Fünfmal gerollt. Kein Feras. Schade. Komm, einmal geht noch. Ah, Mannu. Ah, aber nochmal hier den Industriekapitäne-Band. Den finde ich echt krass. Also den Trade-Off mit der Krankheit nehme ich tatsächlich gerne in Kauf. Wahrscheinlich sagen erfahrenere Spieler jetzt, okay. Krankheit immer sehr, sehr kritisch, muss man sagen. Ähm, den Bergmann haben wir schon. Den Belüfter lassen wir auch hier. So. Und dann können wir jetzt tatsächlich auch uns daran machen. Und das wird dann eine unserer letzten, äh, Handlungen, diese Folge auf jeden Fall sein. Dass wir sagen... Moment, wo ist, wo ist unser Schiff, was wir losgeschickt haben? Hier ist es. Ähm, wir laden die Kostümbildnerin hier noch auf dieser Insel ab. Und werden ab sofort dann hier produzieren. Äh, unsere... Äh, Pelzmäntel. So, weil hier würden wir die dann jetzt gleich reinpacken. Wir haben hier natürlich keine Elektrizität, aber wir sparen uns dadurch eine komplette Handelsroute runter in die neue Welt. Wenn nicht sogar zwei Handelsrouten. Also ich glaube, da werden zwei bis drei Schiffe frei, die wir dann gleich nutzen können. Was natürlich schon eine gute Ansage ist, so. Ähm, wir gucken kurz, während wir hier warten, dass die ankommen, gucken wir kurz nach unseren Expeditionen. Dann müssen wir unseren Ausbau kurz verschieben in der Arktis. Dafür haben wir jetzt coole Items gezogen. Aber dass das jetzt so viel Zeit in Anspruch genommen hat, hätte ich vorher auf jeden Fall nicht erwartet. Das, äh, schockiert mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Da hatten wir jetzt nicht viel. Das hat der Moral auf jeden Fall geschadet. Schade. Ähm, so. So, die Kostümbildnerin nehmen wir hier mit. Und Wohngebäude haben wir hier ja gar nicht. Insofern lassen wir den Rest mal hier an Bord und fahren das rüber zu unserer Hauptinsel ab nach Legend City. Und jetzt können wir hier unsere erstklassige Kostümbildnerin reinrechnen und unsere Webmaschine. Und wir setzen noch dazu die andere Webmaschine. Zack. Und hier dürften jetzt, wenn wir da unsere Schneidereien gleich reinbauen und die ordentlich mit Wolle versorgen, was wir jetzt noch gerade mit aufbauen müssen, dann dürfte das hier auf jeden Fall, sagen wir mal, abgehen. Gut, hier würde ich jetzt tatsächlich einen von denen mal abreißen, weil hier unten macht sich jetzt gerade Wolle ganz gut. Ah, ist natürlich dumm, dass ich es jetzt gerade so baue. Wir bauen jetzt lieber erstmal einen quasi aus. Und dann hätte ich auch lieber drei da, dass die Felder in die andere Richtung gehen. Weil dann können wir da unten im Endeffekt die, ähm, das Warenhaus hinmachen. Eins, zwei, drei, vier. Und das machen wir natürlich gleich auch noch auf der anderen Seite. Aber erstmal hier noch zwei Warenhäuser dran. Das Ganze mal mit Steinen bis hier hinten ziehen, damit das hier schön schnell angeliefert werden kann. Und dann können wir hier gleich ganz in Ruhe schön unsere ganzen Mäntel produzieren, ohne dass uns da irgendjemand nervt, irgendjemand stört. Das ist natürlich eine schöne Sache. So. Könnte sein, dass das tatsächlich noch nicht reicht. Ich glaube, ich gehe lieber auf Nummer sicher und baue mal noch eine erstmal nur. Noch eine Produktion. Wir können das natürlich schnell erweitern, wenn es irgendwie vom Bedarf ist, ne. Aber solange es jetzt nicht vom Bedarf ist, bauen wir die auf jeden Fall nochmal jeweils aus. Und jetzt gucken wir mal kurz unter Verbrauchsgüter. Unsere Pelzmäntel. Davon können wir jetzt drei Stück bauen. Dafür haben wir nur die Ressourcen hier. Äh, es ist jetzt halt so. Kann man jetzt auch nichts dran machen. Eins, zwei, drei. Alles klar, auch die versorgen wir schön mit einer Steinstraße raus aus der Handelskammer bis hin zu eurem Lagerhaus, was ich euch hier hinsetze. Die brauchen jetzt Wolle, wunderbar. Und Arbeiterarbeitskraft haben wir jetzt zu wenig, weil wir ja jetzt auch Arbeiterarbeitskraft dafür benötigen. Und nicht mehr die, wie bisher benötigte. Dann können wir aber auch gleich noch hier auf unserer Hauptinsel die Produktion abreißen. So, lassen wir das Ganze stehen. Ähm, dann wird hier die Produktion abgerissen. Und wo ist sie noch? Da hinten ist noch einmal Produktion. Hier die Produktion wird ebenfalls abgerissen. Damit wurde natürlich auch nochmal fleißig Arbeitskraft generell frei, ne. Was für uns natürlich eine gute Sache ist erstmal. Wie geht's euch denn? Oh, ihr könnt aufsteigen. Ehre. Ey, dann holen wir uns jetzt mal schnell noch ein bisschen Einfluss, bevor die hier sich wieder anders... Warum habe ich dafür keine... Ach doch, ich kriege dafür Einfluss. Wir haben nur vorhin Einfluss verballert. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. So, wir müssen aber weiter auch dafür sorgen, dass wir natürlich von den Ingenieuren noch genug haben. Und von den Handwerkern. Also es ist wieder mal ein Balanceakt. So. Und wir lassen jetzt hier aber auf jeden Fall noch ein paar weitere Investoren aufsteigen. Also Leute zu Investoren aufsteigen. Weil wenn unsere Leute hier endlich mal glücklich sind und voll versorgt, was traurig genug ist, dass wir uns da so drüber freuen müssen, dann sollten wir sie auch aufsteigen lassen. So, jetzt vorsichtig. Das war jetzt schon ein bisschen zu viel. Aber ich hoffe, dass sich hier in unserem neuen auf jeden Fall noch ein paar Ingenieure finden werden. Und jetzt haben wir erstmal wieder 80 Einfluss, was gut für uns ist. Was richtig, richtig gut für uns ist. Gut. Ihr habt jetzt ein Problem hiermit. Ja, natürlich habt ihr damit jetzt ein Problem. Wir müssen das Ganze ja jetzt auch ausstellen. In 1S müsste das, äh, okay, haben wir scheinbar nicht so. Haben wir irgendwo Fälle. 1H. 1S. Warum habe ich denn S gedacht? S ist ja komplett falsch. Und wie hier nochmal 1H. Das wird jetzt alles rausgenommen. Wir beladen jetzt erstmal wieder ein paar Schiffe retour, dass wir unsere ganzen Fälle erstmal wieder hier rüber bringen. So. Das sind landwirtschaftliche Erzeugnisse. Das wird jetzt natürlich ein paar Schiffsladungen brauchen, bis wir das irgendwie da drüben wieder haben. Aber hier steht noch ein Schiff rum, was gerade nichts zu tun hat. Mit zwei Schiffen geht das Ganze natürlich deutlich schneller. Und jetzt müssten wir mal kurz checken, was wir jetzt quasi weltweit für einen Bedarf haben. Wir haben einen Bedarf von 15. Wir produzieren 13. Das dürfte ja jetzt alles nur noch hier auf dieser Insel sein, nämlich auf Hunters Town. 11. Und wir brauchten, was war es? 15? 15 weltweit. Und 13 produzieren wir. Wo produzieren wir denn noch? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Machen wir mal zwei zusätzliche. Auf Nummer sicher. Damit wir auf jeden Fall genug haben. Die natürlich dann jetzt auch nochmal mit ein bisschen Stahl versorgt werden müssen. Also beziehungsweise wir brauchen ein bisschen Stahl, damit wir die noch ausbauen können. So. Auf jeden Fall Fälle dürfte es jetzt gleich nicht mehr dran mangeln. Unsere beiden Schiffe erstmal wieder zurück. Und die Frage ist natürlich, ob die Produktion an Wolle hier ausreicht. Die Produktion an Wolle reicht auf jeden Fall aus. Da können wir direkt nochmal eine Linie abreißen tatsächlich. Zack. So dürfte passen. Und jetzt pausieren wir hier noch. Also machen nochmal ein bisschen langsamer. Laden hier erstmal wieder Fälle ein. Fahren die darüber. Fahren dann hiermit nochmal ein bisschen ran. Weil auf die Distanz können wir es nicht beladen. Und laden auch hier nochmal Fälle ein. Wunderbar. Und wir räumen das Ding jetzt richtig leer. Also bis wir hier wirklich keine Fälle mehr haben. Haben wir hier noch eine Produktion? Wir haben hier noch eine Produktion. Aha. Da bist du. So. Und jetzt haben wir nur noch Produktionen hier. Dürften wir zumindest nur noch haben. Und dann müssen wir jetzt natürlich gleich auch die Handelsrouten anpassen. Oh. Lager voll. Gut. Dann bauen wir hier erstmal noch ein paar Lager. Lagerläger. Ähm. Hin. Mit denen wir arbeiten können. Damit wir hier zusätzlichen Lagerplatz generieren. Auf einer Insel. Die jetzt gerade in der Wichtigkeit für unsere Unternehmung hier. Sehr, sehr an Wichtigkeit gewonnen hat. So. Und damit holen wir uns jetzt nochmal schön schnell Stahl. Während wir hier nochmal ein bisschen entladen. War klar, dass da nicht mehr super viel reinpasst. Wahrscheinlich produzieren wir auch immer noch komplett über. Oh ne. Es geht. Wir sind gerade drüber. Über dem, was wir brauchen. Wir haben natürlich einen sehr, sehr guten Puffer an Schiffen erstmal. Nein, du darfst dich da immer noch nicht wieder niederlassen. Auch wenn es jetzt eine andere Insel war. Wir nehmen nochmal ein bisschen hiervon mit. Bisschen davon. Bisschen davon. Bisschen davon. Damit von allem nochmal ein bisschen was da ist. Die heutige Folge geht schon eher wieder an die 40 Minuten ran. Und ich lasse schon extra die neue Welt mit dem Gold weg. I'm sorry. Ähm. Da kümmern wir uns aber beim nächsten Mal auf jeden Fall drum. Uiuiui. Dann geht es in der neuen Welt aber nochmal ab. Wenn wir da noch zusätzlich ein bisschen was kriegen. Oh. Wir haben wieder keine Heilkunst dabei. Wir probieren es nochmal mit Heilkunst. Es hat nicht besonders gut funktioniert. Hier diese Expedition scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Schade eigentlich. So. Jetzt machen wir wieder langsam mal schön. Weil sonst. Ah ja. Wir haben ja noch gar keine weiteren errichtet. Ich habe gerade ein bisschen doof geguckt. Weil ich dachte. Warum darf ich jetzt hier trotzdem keine weiteren machen. Aber natürlich darf ich keine weiteren machen. Weil wir noch keine weiteren gebaut hatten. So. Und damit dürften wir das jetzt entladen können. Wunderbar. Damit dürften wir außerdem hier die beiden Produktionen noch ausbauen können. Wir haben ein kleines Defizit an Arbeitern wieder. Das kriegen wir aber schnell aufgefrischt. Und wir haben ein kleines Defizit an Ingenieuren. Und warum wollt ihr nicht aufsteigen? Weil ihr die nicht habt. Genau. Natürlich nicht. Weil ihr die da auch gar nicht mehr selber produziert. Wir sollten hier auf jeden Fall noch ein zweites Lagerhaus dazusetzen. Um das hier zu entlasten. Beide am besten auch ausbauen. Können wir nicht beide ausbauen. Und jetzt ist es eben noch sehr, sehr wichtig. Lass uns einmal kurz gucken, was wir hier schon so produziert haben. Wir haben hier schon 55 produziert. Das ging jetzt echt schnell, weil wir halt auch die Dinger haben. Und dann packen wir jetzt hier mit auf die Handelsroute, dass hier bitte immer die Pelzmäntel nochmal mitgenommen werden. Und erstmal rüber nach Legend City gefahren werden. Und von Legend City werden die ja dann wiederum mitgenommen. In Richtung Crown Falls. Insofern, das sollte soweit alles passen. Einmal noch kurz den weltweiten Bedarf checken. Weltweiter Bedarf ist bei. 13, wir produzieren 18. Das hört sich nach einer guten Sache an. Einmal noch kurz checken, ob die Zwischenmaterialien stimmen. Wir produzieren nicht genug Fälle. Davon haben wir auf jeden Fall auf Lager. Ich habe auch zu radikal bei der Wolle abgekürzt. Dann bauen wir lieber nochmal zwei extra doch hier hin. Das dürfte jetzt wieder ein bisschen in der Überproduktion sein. Ist aber nicht so schlimm. Und dann kopieren wir uns hier das tatsächlich nochmal und setzen das noch einmal hier hin. Okay. Okay, das sieht ganz gut aus. Wunderbar. Und dann dürfte das hier auf jeden Fall auch eine sichere Bank sein, dass wir da in der richtigen Produktionsmenge sind. Warum ist das jetzt nicht angestiegen? Oder ist das schon angestiegen und wir hatten einfach so viel zu wenig? Ich hoffe doch nicht. Naja. Wir dürften hier jetzt auf jeden Fall auf nicen Werten laufen. Mit 175 Prozent Produktivität laufen hier unsere Stinger. Ja, natürlich deshalb brauchen wir auch so wenige, weil wir hier 35 Prozent, hier nochmal 40 Prozent. Beim nächsten Mal geht es dann erstmal in die neue Welt, die Goldminen aufbauen. Das dürfte aber dann relativ schnell gehen, weil wir die Items ja jetzt alle schon rüber geschippert haben. Und dann kümmern wir uns um unseren lieben Luftschiff-Hangar auf jeden Fall noch. Also um den brauchen wir uns ja nicht mehr so zu kümmern. Um den haben wir uns ja schon ganz gut gekümmert. Aber darum, dass wir dann eine Hochebene auch besetzen und weitere bauen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Das war eine sehr interessante Folge, finde ich. Mal was ganz anderes. Schreibt mir dazu gerne mal Feedback unten in die Kommentare, ob ich zum Beispiel sowas wie Items rollen offline machen soll oder ob ihr das sehen wollt. Und dann sehen wir uns morgen um 9 Uhr wieder. Bis dann. Ciao.